So ein Baumeister Jan haben sich mal auf einem Wochendagen kennengelernt. Ja, als man dann ein bisschen umliegen hat. Darum geht das alles ein bisschen langsamer und berutsamer. Ja, das ist ein bisschen so ein bisschen langsamer und ein langsamer, drei Geschmacken. Ja, ganz berutsamer und vorsichtig. Nur in Sorten Bier und Rote hier. So, das ist ein schönes Wort. Was hast du denn da jetzt? Du hast jetzt unser Schack. Wie das schmeißt du, man hat ja Brote, wie das von mir auch ein bisschen versetzt, oder? Ja. Also muss ich ja auch Biere entwickeln, wo die Leute ja auch mal zwei, drei, vier Stück trinken und nicht gleich anbedudelt sind. Ja. Du meinst, das scheint dir, wo man ein bisschen weniger Alkohol hat. Ja. Du bist ja nur noch Bescheid. Das heißt, du hast jetzt Bier, wo die Leute mehr trinken und ich hab Brot, wo die Leute auch mehr in die Trinken. Ja. Oh Gott, das ist die Kombination. Ein Zahn. Wir sind ja die Proteine, die da drin sind. Noch Vitamine drin, eigentlich kommt ein Brot dazu, weil wir praktisch schon in Ernährung haben wir ja dann...